Hey Crew, was geht ab? Willkommen bei Anker Ärger Abenteuer, dem Podcast von und für Freizeitkapitäne Wasserratten und Yachtis mit Stefan und Verena. Verena, was ist deine Meinung zum Thema Schnellfahren auf dem Boot? Oh, gute Frage. Prinzipiell mag ich Schnellfahren, egal ob auf dem Boot oder irgendwo anders. Also ich fahre gerne schnell mit dem Auto, ich fahre gerne mit den Skiern schnell, momentan natürlich nicht. Und insofern, ja, also mir gefällt eigentlich alles mit Geschwindigkeit und ich finde Sachen, die sich bewegen können, die dürfen sich auch durchaus schnell bewegen. Das ist also eigentlich beim Boot auch so, das finde ich eigentlich auch cool. Allerdings haben wir beim Boot gelernt, dass man sich vorher Gedanken machen sollte, bevor man schnell fährt. Denn auf dem Boot können halt einige Sachen umfallen. Und das ist ja uns auch schon passiert. Unter anderem ist einmal eine Wasserflasche mir gegen den Kopf gefallen, weil ich Sachen dann festhalten wollte, damit die nicht auf den Boden fallen. Und dann fiel die Flasche um und mir ging den Kopf. War Gott sei Dank aber nur eine Plastikflasche, keine Glasflasche. Und mein Schnell war hart genug. Aber ja, also Schnellfahren mit dem Boot macht super viel Spaß. Sollte man aber eben gut planen und vorher die Sachen wegräumen oder gut verstauen, die theoretisch kaputt gehen könnten. Weil sonst macht es eben vielleicht dann doch keinen Spaß, wenn am Ende was kaputt gegangen ist. Auch das ist uns schon passiert. Ich habe auch schon ein Glas kaputt gemacht, weil ich es nicht gut weggeräumt hatte. Also deswegen pro Tipp immer die Sachen erst gut verstauen und dann Gas geben. Ja, obwohl wir die Sylvie-Gläser haben. Mann, ich habe übrigens ganz viel Sylvie-Zeug zu Weihnachten gekriegt. Freue ich mich sehr drüber. Das stimmt. Der Stefan hat zu Weihnachten unter anderem ein paar Sachen fürs Brot bekommen. Und ja, Weihnachten war ihm jetzt gerade. Das heißt, heute ist Silvester. Wir hoffen, ihr hört nicht die ganzen Raketen und Böller, die hier im Hintergrund so abgeschossen werden bei unserer Wohnung. Falls doch, dann wisst ihr, dass wir heute ein Silvester aufnehmen. Und ja, Silvester, Neujahr, was eignet sich da besser als Thema für die Folge, als ein Rückblick, die Highlights des Jahres 2023 und dann natürlich auch ein Ausblick für 2024. Was sind unsere Wünsche, unsere Vorsätze? Was wollen wir 2024 bottechnisch machen? Und ja, das ist quasi das heutige Thema. Aber so wie es sich natürlich gehört und wie es zum Beispiel auch bei RTL oder so üblich ist, starten wir natürlich erst mit dem großen Jahresrückblick 2023 Menschenbilder-Emotionen. Nein, es geht natürlich um die Highlights unseres Bootsjahres, was wir so erlebt haben bottechnisch und was uns da vielleicht besonders in Erinnerung geblieben ist. Positiv wie negativ, lustig wie chaotisch. Von daher, ja, Stefan, hast du ein Highlight aus 2023? Ja, also eins meiner Highlights war ganz klar Bootmieten auf Sizilien. Oh ja, das war schön. Nicht mit dem eigenen Boot unterwegs, sondern mit einem anderen Boot und das war auch vergleichsweise deutlich kleiner. Es gab da keinen Innenraum oder sowas. Das war jetzt so ein ganz kleines Dayboot, wie man die da halt zuhauf mieten kann. Aber es war fantastisch. Also wir waren nicht direkt auf der Hauptinsel, sondern wir waren ja auf den kleinen eolischen Inseln draußen rum. Und auf der Insel, wo wir waren, Vulcano, also da waren wir im Hotel, da haben wir halt auch das Boot gemietet und sind dann um diese ganze Insel erstmal rumgefahren. Damit haben wir angefangen. Genau, also Vulcano ist eigentlich eine relativ kleine Insel, aber es braucht dann halt doch ein bisschen, bis man da drumherum ist. Und die eolischen Inseln generell sind, glaube ich, ein sehr, sehr gutes und auch sehr beliebtes Bootsrevier, vor allen Dingen auch für Segler. Ja, also da hatten wir auf Sales Square einiges auch gesehen, dass es da eben ganz viele Segelreisen angeboten gibt, mehrere Tage. Und so sind wir eigentlich drauf gekommen, auch mal zu gucken, ob man eben ein Motorboot dort vor Ort mieten kann. Und haben dann auch vom Hotel da Unterstützung bekommen. Die kannten dann gleich jemanden. Und ja, dann haben wir uns das kleine Boot gemietet. Ja, und dann sind wir halt los von draußen. Also das Boot lag nicht im Hafen oder so, sondern das war im Wasser festgemacht. Sind mit einem kleinen Dingi da rausgefahren. Das war auch schon ein Abenteuer. Ein bisschen. Wir wussten ja nicht, was kommt. Wir wussten ja nur, wir sollen an den Strand zu so einem Typen, der dann auch natürlich nur Italienisch konnte. Aber gut, wir haben uns dann verständigt, dass so gut ist, war dann mein Italienisch, Gott sei Dank. Wenn es dann um die technischen Sachen beim Boot geht, dann wird es eher schwierig. Aber die versteht Stefan Gott sei Dank quasi international, weil das natürlich, wenn man sieht, immer relativ ähnlich ist. Aber ja, da waren wir so am Strand und dann hieß es in so ein kleines Boot rein. Okay. Und dann sind wir zu unserem hingefahren. Es war ja auch nicht das erste Mal, dass wir so ein Konsolenboot gemietet hatten. Also insofern wussten wir natürlich schon grob, wie es geht. Und dann eben sind wir los und haben gesagt, jetzt fahren wir erst mal um Vulcano rum. Und das war schon total super. Wir waren am Tag vorher, sind wir mit dem Moped über die Insel gefahren und hatten so praktisch auch schon die ganze Insel gesehen. Das Ganze dann nochmal von außen zu begucken, hat echt Spaß gemacht. Wir wussten natürlich auch schon, in welche Bucht wir fahren wollten, was wir auch prompt gemacht haben. Wo wir dann auch baden waren. Ich habe ein paar Aufnahmen gemacht mit der GoPro. Ich gucke mal, ob ich ein paar finde, die ich noch habe. Dann können wir die auf Instagram vielleicht hochladen. Und das war dann auch kleines Abenteuer, denn da gab es Medusen. Oh ja, das sind meine natürlichen Feinde. Die Medusen, genau. Also die Quallen, die kann ich überhaupt nicht leiden. Also ich glaube, ich habe noch nie eine Berührung von der Qualle abbekommen. Aber dadurch, dass ich das eben von anderen Leuten weiß, dass das ja auch wehtut, habe ich da irgendwie totale Panik davor. Und das war eigentlich ein sehr schöner Ankerplatz, wo wir waren. Das war ganz südlich. Also Vulcano ist auch die südlichste der äolischen Inseln. Und da sieht man wirklich bis zum sizilianischen Festland. Man kann sogar den Ätna bei Guppenwetter sehen. Also es ist echt ein toller Platz, weil man auf der einen Seite sehr nah eben die Küste von Vulcano hat mit einem Leuchtturm. Und auf der anderen Seite so diffus die Skyline quasi von Sizilien sieht. Aber ja, dort kamen dann immer mehr von den Medusen. Und ja, dann möchte ich nicht mehr im Wasser bleiben. Nee, irgendwann ging es dann weiter. Aber wir waren echt gut vorbereitet. Ich war ein bisschen überrascht, dass wir keinen Sonnenbrand hatten danach. Ich habe ja sonst immer Sonnenbrand nach diesen Bootsfahrten. Ja, mittlerweile wissen wir natürlich auch, was wir mitnehmen müssen. Also wahrscheinlich hat sich der Verleiher auch gedacht, typisch Deutsche, die da kommen. Die wollen irgendwie, keine Ahnung, auf dem Boot eine Weltumsegelung machen. Weil wir hatten alles dabei. Also wir hatten natürlich Sonnencreme, Getränke, Essen, Tücher, Käppis, Handtücher und so weiter. Ich hatte noch einen zweiten Bikini. Also alles, was man so braucht dabei. Aber wie gesagt, wir waren gut ausgestattet. Wir kriegen da Übungen mit der Zeit. Ja, das merkt man wirklich dann irgendwann, dass man da besser drin wird, sowas zu planen. Ja, dann sind wir weitergefahren zur nächsten Insel. Lipari. Lipari, genau. Die Hauptinsel. Und vor Lipari lag erstmal eine Superjacht. Und ich bin ja auch so ein bisschen, oder sind beide so ein bisschen Superjacht-Fans. Haben uns das natürlich angeguckt. Die waren auch gerade draußen mit ihren Watertoys. Das war natürlich auch super spannend zu beobachten. Aber grundsätzlich hat man halt auf all diesen Inseln total tolle Ankerplätze, die teilweise eben einfach auch gar nicht ans Land angebunden sind. Also das sind dann Strände, wo man nur vom Boot aus hinkommt. Total cool. Genau. Das sind halt vulkanische Inseln. Deshalb hat man sehr oft sehr steile Wände überall. Und dann kommt man halt nicht einfach auf diese Strände. Allerdings gibt es auch welche, die sehr abgelegen sind und trotzdem bewirtschaftet werden. Also es gibt eigentlich für jeden Geschmack etwas. Und halt sehr spektakuläre Landschaft. Also wirklich diese Steilküsten teilweise, aber auch die Orte, die kleinen Dörfer und so, die da teilweise wirklich richtig schön so an den Rand, auch immer so an den steilen Küsten teilweise dran gebaut worden sind. Da hat auch jede Insel so ein bisschen ihren eigenen Charme. Also wir waren ja auch noch auf den anderen Inseln, da allerdings mit der Fähre. Und da ist jede Insel eben so ein bisschen individuell von der Art. Also es lohnt sich wirklich und vor allen Dingen eben mit dem Boot, weil man halt wirklich diese ganz andere Perspektive bekommt. Und auf dem eigenen Boot ist es natürlich nochmal anders als auf der Fähre, wo man halt zwar auch gut sehen kann, aber mit dem eigenen Boot macht das nochmal viel mehr Spaß. Aber es ist teilweise, also gerade vor Lipari, vor der Hauptinsel und dort dem Hauptort, da war auch schon viel los. Also da nicht so viel wie in Venedig, wovon wir euch ja schon mal erzählt haben, wenn man da diesen Kanale die Venezia entlang fährt. Aber auch da muss man schon die Augen offen haben, vor allen Dingen eben wegen der Fähren, weil die Fähren nehmen keine Rücksicht. Die haben ihren Weg und der wird gefahren. Am meisten los war ja in Marseille tatsächlich. Da waren ja Segelregatten und so gleichzeitig. Aber was halt cool ist, diese Fähren, die da fahren, sind tatsächlich so Fäuling-Fähren. Also die liegen nicht mit dem Rumpf im Wasser, sondern schweben über dem Wasser und sind auch sauschnell. Das ist richtig cool zu beobachten. Und das kann man, also dieses Hoch- und Runter-Quasi-Fahren der Fähren, das kann man halt vom Boot auch super toll sehen. Das sieht man vom Land nicht so. Das merkt man selbst von der Fähre aus nicht. Genau, von der Fähre aus. Also gut, wenn man rausschaut, merkt man es vielleicht, dass man plötzlich irgendwie ein bisschen eine höhere Perspektive hat. Aber das zu sehen, das ist schon echt cool und das kann man halt von einem Boot wirklich perfekt. Das hat natürlich noch für so ein kleines Boot, wie wir das dann hatten, noch einen Riesenvorteil. Nämlich, dass es einfach nicht so einen Wellengang gibt und wir nicht so durchgeschleudert wurden, wenn die vorbeifuhrt. Das stimmt. Man hätte auf den Inseln auch teilweise anlegen dürfen in Häfen. Haben wir jetzt nicht gemacht, weil wir eigentlich schon so beschäftigt waren mit Baden, Rumfahren, Gucken. Aber der Bootsverleiher, der hatte uns gerade eben in Lipari auch in dem Hauptort eine Marina gesagt, wo man anlegen darf, wo einem auch Leute dann helfen. Also quasi eine Marina, die dauerhaft von jemandem betrieben ist, der einem dann dort auch hilft. Und dann für ein paar Euro kann man da ein paar Stunden liegen, dass man eben auch auf der Insel rumläuft. Haben wir jetzt nicht mehr gemacht, weil es tatsächlich zeitlich nicht geschafft haben, hätte man aber auch machen können. Es war echt Abenteuer genug, dass man es einfach die ganze Zeit auf dem Boot verbracht hat. Und wir haben Mensch-über-Bord-Manöver geübt. Genau, ich wollte gerade sagen, also mein Käppi hatte die Seetaufe und hat den Abflug gemacht, weil wir dann doch relativ schnell gefahren sind zwischendurch. Aber wir haben es wieder eingeholt. Also Mensch-über-Bord-Manöver erfolgreich zum ersten Mal für den Fast-Original-Bedingungen angewandt. Zum Glück war es nicht wirklich ein Mensch-über-Bord, aber es war halt mein Käppi über Bord. Und das hat geklappt. Aber auf jeden Fall im Meer und auch nicht direkt an der Küste. Also es war schon ein Stück weit im Meer drin, haben wir das geübt und das hat funktioniert. Ja, also das hat super geklappt, muss man sagen. Ich könnte wahrscheinlich noch ein bisschen erzählen, aber wir müssen ja auch irgendwie weiterkommen. Deshalb würde ich sagen, machen wir jetzt mal dein erstes Highlight. Genau, also eins meiner persönlichen Highlights in 2023 mit unserem Boot, das war jetzt tatsächlich was, was wir selber mit Lago gemacht haben, war eine Zweitagestour nach Venlo. Venlo liegt, boah, wie viele Kilometer entfernt? 25 etwa. 25, genau, von Ruhrmond und dazwischen liegen aber unter anderem zwei Schleusen und eben auch jede Menge Landschaft, die man da anschauen kann. Und das war echt eine richtig coole Tour. Also wir sind, ich glaube, samstags hin, sonntags zurück und Stefan hatte vorher recherchiert in Venlo, das ist richtig cool. Da gibt es so einen Innenhafen und in dem kann man liegen als Gast. Also das ist keine Marina. Ja, das kostet, glaube ich, auch irgendwie drei Euro die Nacht. Also das war super günstig, aber es ist keine Marina, also es gibt dort nicht sanitäre Anlagen oder sowas. Es sind einfach Stege und wenn Platz ist, ist Platz, wenn nicht, dann nicht. Gott sei Dank bei uns war Platz, das war aber auch schon, glaube ich, so, boah, wann wird das gewesen sein? Wochenende, August, also es war irgendwie nicht mehr in den niederländischen Schulferien, weil wir hatten dann auch mit dem, ich weiß nicht, ob ich den Hafenmeister dann nennen soll. Doch, doch, der ist auch der Hafenmeister von der Marina gegenüber. Ja, okay, also mit dem Hafenmeister, wir haben uns dann eben ein bisschen unterhalten und der hatte uns den Tipp gegeben, also falls jemand von euch da auch mal Bock drauf hat, am besten eben außerhalb der niederländischen Schulferien das Ganze. Und wenn man am Wochenende kommt, am besten vor 14 Uhr da sein, dann kriegt man eigentlich immer einen Platz. Und ja, da kann man dann einfach anlegen und die Stege sind zugänglich für jeden, also da ist jetzt keine Absperrung, damit muss man halt klarkommen, dass theoretisch jeder an dem Boot direkt vorbeilaufen kann oder auch aufs Boot könnte. Da waren auch Jugendliche, die auf dem Steg dann ein Bier getrunken haben. Aber das ist, wie gesagt, ein Innenhafen, wo ganz viel Restaurants, Kneipen sind, also wo man so beobachtet dann wahrscheinlich auch wäre. Also ich glaube nicht, dass jetzt jemand da im Boot abfackelt oder irgendwas. Und das ist halt echt richtig cool, weil man isst sofort in der Innenstadt. Das war richtig schön. Wir sind dann da abends durch die Stadt gelaufen, sind dort was essen gegangen. Da war irgendwie noch so ein Open-Air-Konzert, so ein Klassik-Konzert. Also das war halt eigentlich ein richtig, richtig cooler Abend. Und wir haben dann auch am Ende in dem Hafen dann noch was getrunken, einen Cocktail getrunken mit Blick auf unser Boot. Und morgens, man wacht dann halt so auf in einer anderen Stadt mit dem Boot, geht dann da wieder von Bord irgendwo ins Café zum Frühstücken. Das war schon echt richtig cool. Und ja, da haben wir auch zum ersten Mal geschleust, beziehungsweise zum ersten Mal richtig geschleust. Also wir waren bei Venedig schon mal in der Schleuse. Das war aber eine, wo man nicht an, nennt man das, an der Wand festmachen musste oder Wand, Außenkammer. Ja, Außenseite der Kammer, der Schleusenkammer. Also das war quasi eine, eher so eine Art natürliche Schleuse da in Venedig, die ein bisschen anders hief. Und das war aber jetzt eben die klassische Schleuse, so wie man sie halt kennt. Und ja, das war auch gar nicht so einfach beim ersten Mal. Nee, musste man sich dran gewöhnen an einige Teile. Also wir haben ja das Problem bei unserem Boot, dass man sehr schlecht an die Springklampe drankommt, vom Boot aus. Weil wir haben ja ein amerikanisches Boot und das kommt, glaube ich, aus einer Gegend, wo halt nicht so viel geschleust wird. Also wir sehen mal die Leute bei uns in der Marina, die so ein Stahlverdrängerboot haben, was ja, sag ich mal, in den Niederlanden eher auch eine typische historischere Bootsform ist. Damit geht das viel einfacher. Also das hat schon einen Grund, warum sich diese Boote dort entwickelt haben. Genau, also wenn man dann tatsächlich eine Leine hat, mit der man das Boot halt auch gerade halten kann, ist gar kein Problem. Wir müssen fast vorne und hinten festmachen. Und das geht halt in diesen Schleusen teilweise einfach nicht, weil... Das sind teilweise diese Punkte, wo man festmachen kann, zu weit voneinander entfernt für die Größe unseres Bootes. Das ist uns tatsächlich passiert in der einen Schleuse, dass ich dann vorne war und festgemacht hatte, beziehungsweise festgemacht, also die Leine da umgeworfen hatte und wir dann festgestellt haben, oh, wir kommen gar nicht an eine zweite Stelle und nur an einer Stelle vorne oder hinten. Das ist natürlich für die Gewichtsverlagerung vom Boot jetzt auch nicht so ideal. Also da mussten wir nochmal umdisponieren. Und in der einen Schleuse, da hatten wir auch erst nur eine Seite, ich glaube ich auch vorne. Und dann kam schon das Signal, dass die Schleuse losgeht. Also es war aufregend. Und ich habe auch beim ersten Mal zum Beispiel den Fehler gemacht, dass ich vorne bei uns unter der Reling durch die Leine hatte, statt oben drüber. Und da würde das ja dann quasi, ist zu viel Druck dann auf der Reling. Und auf der anderen Seite hat unsere Reling, haben wir dann festgestellt oder gesehen, tatsächlich auch schon so ein Knick. Also da hat wohl auch schon mal jemand den gleichen Fehler gemacht. Ich konnte das dann aber Gott sei Dank nochmal lösen und nochmal richtig machen. Aber ja, das war schon aufregend. Auch Fender dann auf die richtige Höhe machen. Alles gleichzeitig. Wir hatten das Glück am Hinweg, dass wir, ich glaube, jedes Mal alleine waren in den Schleusen. Auf dem Hinweg, ja. Also da konnten wir uns auch wirklich völlig auf uns konzentrieren. Auf dem Rückweg hatten wir bei der letzten Schleuse, die direkt vor Roermond ist, relativ viele Schiffe, die mit uns da in der Schleuse waren. Unter anderem auch so ein Ausflugsboot, was dann natürlich Vorfahrt hat und da als Erster sich positioniert. Und dann muss man natürlich nochmal zusätzlich gucken, wo geht man hin, wo ist der Abstand so, dass man eben auch vorne und hinten jeweils was hat, wo man die Leine dran machen kann. Man will nicht zu nah an den anderen sein. Auch zum Rausfahren muss man sich da koordinieren. So eine Schleusenkammer ist zwar breit, aber eben auch nicht super breit. Und gerade wenn die dann aufgeht, dann kommt ja auch ein bisschen Wellengang. Also das war alles nicht ohne. Das war sehr aufregend. Da habe ich mir auch Sonnenbrand geholt im Gegensatz zu Sizilien. Aber das hat schon echt Spaß gemacht, weil das war also wirklich ein richtiges Abenteuer. Unsere erste Zweitagestour mit Übernachtung in einem fremden Hafen. Ja, auf dem Rückweg haben wir noch Angst, dass wir zu wenig Sprit haben. Genau, das hatten wir dann auch noch. Und es war aber halt auch cool, weil es war einfach eine tolle Landschaft, durch die wir gefahren sind. Wir haben ganz klassische Windmühlen gesehen, so wie sich das gehört in den Niederlanden. Ja, wir sind in so Seen reingefahren, wo wir dann auch geankert haben und Mittag gegessen haben. Und so, das war halt cool, weil es einfach mal ein anderes Revier war. Und das halt auch einfach toll ist, wir sind an spannenden Orten auch entlang gefahren mit einer tollen Skyline, die man dann so sehen konnte. Also sehr typische Orte mit typischen Bauwerken für Holland. Also das war ja eine richtig coole Sache. Von daher, das war eins meiner Highlights von 2023. Zu Recht. Sollen wir noch ein Highlight machen? Klar, wir haben ja noch zwei auf unserer Liste und wir sind bei 19 Minuten. Komm, das schaffen wir. Ja, ich mach, nee, mach du mal, mach du mal dein zweites Highlight. Ich finde, dem sollten wir auf jeden Fall ein bisschen Vorrang geben. Oha. Okay, mein zweites Highlight ist die Geschichte mit der Toilette. Die haben wir euch ja schon ein paar Mal angeteasert. Und ich glaube, jetzt ist wirklich mal Zeit dafür, denn das war eine der stressigsten, aber irgendwie auch lustigsten und chaotischsten Erlebnisse aus 2023. Und das Problem ist auch immer noch nicht wirklich gelöst. Ja, also was ist passiert? Wir haben bei uns eine Pumptoilette oder wie bezeichnet man die? Also eine klassische Bootstoilette mit einer Handpumpe. Genau. Genau, also so und so oft mal pumpen, aufmachen, wieder pumpen und so weiter. Ich muss mir das jedes Mal erklären lassen, wie es funktioniert, weil ich es immer wieder vergessen hatte. Ja, und dann irgendwann, das war nach dem Fenlo-Wochenende, das war am Ende des Fenlo-Wochenendes. Ja, da hatte ich dann die Routine logischerweise da drin und alles wunderbar. Und ich habe dann da, da waren wir schon zurück, da haben wir nochmal bei uns um die Ecke im See geankert und wollten da eigentlich nur noch Abendessen und dann zurück. Ja, Toilette verwendet, beim Zurückfahren schon war das. Oh ja. Und dann hat dieses Ding nicht mehr abgepumpt. Ja, also das ist natürlich erstmal sehr unangenehm von demjenigen, der die Toilette noch benutzt hat. Schon immer meine größte Angst. Aber ihr kennt ja die Regel, wer die Toilette verstopft, repariert auch die Toilette. Also, ich habe das auch dann in den Tagen und Wochen danach immer wieder auch probiert, aber es hat nicht funktioniert. Also, dieser blöde Pumpmechanismus, er ging nicht mehr. Ich vermute, dass hinten im Schwarzwasserschlauch die Verstopfung ist. Tatsächlich direkt vor dem Tank gibt es noch so einen kleinen Knick im Schlauch, wo der auch ein bisschen enger wird. Und ich glaube, dass da, da sind wir einfach nicht mehr durchgekommen. Ich habe alles versucht, Metallspinnen gekauft. Genau, also wir haben, also von der Toilette klar, da geht eben eine Leitung, ein Schlauch in den Abwassertank, in den Schwarzwassertank. Und er muss auch ein paar Kurven überwinden und wahrscheinlich hat eben da irgendwas verstopft. Aber gut, ja, man nimmt ja da auch spezielles Toilettenpapier, aber auch das löst sich dann ja eigentlich, glaube ich, irgendwann auf. Also, eigentlich hätte das irgendwann sich auch wieder lösen müssen, aber ja, es hat nicht funktioniert. Wir haben alles Mögliche gemacht, mit dem Hammer auf diesen Schlauchklopfen, dass sich vielleicht da irgendwas lösen könnte. Wir haben eben diese Spirale da, diesen Schlauchspirale. Genau, so eine klassische Spirale verwendet, damit hätte es nicht geklappt. Ja, um das Rohr irgendwie freizubekommen. Mit der sind wir gar nicht so weit gekommen im Rohr. Ja, wir haben es dann probiert. Stefan hat dieses Ding da rein und ich habe, ich hing mit dem Ohr jeweils dran, um zu gucken, wo die jetzt ist, wie weit wir kommen. Aber also, irgendwo muss was verstopft sein. Das Problem ist, wenn man dieses Ding zurückzieht, dann kommt da auch ein bisschen Flüssigkeit mit raus. Also, wir hatten irgendwann, ich weiß nicht, zwei Zentimeter nicht zu definierende Flüssigkeit im Bad. Wir waren zum Glück auf dem See. Ich habe ja einmal das rausgezogen und dann kam es mir also wirklich entgegengespritzt alles. Da bin ich direkt ins Wasser gesprungen. Ach, schrecklich. Inzwischen habe ich überhaupt keine Berührungsängste mehr vor diesem ganzen Kram. Also, wir haben dann auch mit, dann war in dieser Pumpvorrichtung, also dort, wo man mit der Hand dran geht an diese Pumpe, da war dann, es sah aus wie Sand. Ich weiß nicht, was das dann genau ist, aber sowas wie Sand war dann da drin und dann konnte man das auch nicht mehr zuschrauben. Das habe ich dann mit Zahnstocher, nein, mit so Grillspießstocher, da habe ich das dann rausgemacht. Also, es war alles etwas eklig. Eben, wir waren da auf einem See, wo wir das dann gemacht haben, weil wir uns gedacht haben, wir können das nicht in der Marina machen. Das ist total peinlich. Deswegen sind wir auf dem See gefahren. Aber wir konnten das Problem nicht lösen, was dann dumm ist, wenn man auf dem See ist und auf dem dann auch übernachtet, wenn es dann schon irgendwie abends 21 Uhr ist und man feststellt, okay, es gibt einfach keine Lösung mehr für diese Toilette. Gott sei Dank hatten wir noch so einen Eimer dabei. Aber es war klar, wir... Falteimer. Jeder muss einen Falteimer auf dem Boot haben. Als Stefan diesen Falteimer gekauft hat, den hat er gekauft, da waren wir bei Freunden in Trier und da war dieser, wie heißt dieser, dieser Campingladen, auch Stefan Berger, Thomas Berger? Irgendwas mit Berger. Berger irgendwie. Und Stefan wollte da unbedingt hin. Und was bringt er mit, einen Faltebahneimer? Und ich habe mir gedacht, was ist denn jetzt? Also, wer kommt auf die Idee, einen Faltebahneimer zu kaufen? Wir haben ja nicht so viel Platz auf dem Boot. Ja, im Nachhinein war das gut, dass wir diesen Faltebahneimer hatten. Naja, also auf jeden Fall, das Problem ließ und lässt sich bisher nicht lösen. Also diese Toilette, ja, die ist jetzt halt einfach zu und ist aber noch drin. Aber wir hatten das Problem, dass wir das reparieren wollten und dann aber festgestellt haben, wir kriegen das nicht hin. Und dann zwei Tage später Gäste bei uns hatten. Also es war ein Abend, wo wir festgestellt haben, es geht nicht, wir kriegen das Ding nicht mehr repariert. Und dann haben wir gesagt, kein Problem am nächsten Tag, wir kaufen uns ein Porta-Potti. Und das werden jetzt sicherlich die einen oder anderen von euch auch entweder auf dem Boot benutzen oder kennen das auch vom Camping oder so. Also, coole Sache, haben wir uns gedacht. Gibt es ja auch überall, weil eben ist ja was vom Campingbedarf. Im Gromond gab es, muss man mittlerweile sagen, den Laden Freibeuter und das war so ein Campingartikelladen. Da hattest du, Stefan, auch, glaube ich, noch online nachgeguckt, dass da irgendwie 20 von diesen Dingern vorrätig sind. Also wir haben uns gedacht, easy, am nächsten Tag, wir fahren da schön nachmittags zurück in die Marina und holen dann da abends oder holen das dann da nachmittags ab, gehen dann abends noch schön essen. Da hatten wir noch reserviert in einem Restaurant. Und am nächsten Tag kommen unsere Freunde mit ihren Kindern zu uns aufs Boot und wir haben einen tollen Bootstag. Ja, dann sind wir dahin gefahren. Dieser Laden hatte Räumungsverkauf, weil er geschlossen hat und es gab nur noch sehr, sehr wenige Sachen insgesamt in dem Laden. Und was es vor allen Dingen nicht mehr gab, war ein Porta-Potti oder irgendeine andere sinnvolle Toilettenlösung. Leider ja. Ja. Gasflaschen gab es noch zum normalen Preis, aber keine Toiletten. Doch, es gab ein Porta-Potti, das war aber kaputt. Das war kaputt, genau. Das haben sie uns noch mit so einem Einkaufswagen dann rausgefahren und festgestellt, das war leider kaputt. Ja, blöd. Na gut, dann haben wir uns gedacht, easy, in Romont, es gibt jede Menge Baumärkte und so, da wird es schon irgendwo sowas geben. Nein, es gab in keinem dieser Baumärkte ein Porta-Potti. Wir waren, ich glaube, vier Stunden unterwegs, es war knalleheiß, es hatte über 30 Grad, es war eines der wenigen richtig heißen Wochenenden, die wir hatten. Ich glaube, es war das erste September-Wochenende. Und ja, also wir haben nichts gefunden, wir waren echt verzweifelt. Und ja, ich habe gesagt, wir können nicht absagen unseren Freunden und die freuen sich schon so, das ist halt Monate ausgemacht und überhaupt. Ja, und dann hatten wir die Idee, wir gucken mal in einem deutschen Baumarkt. Wir haben dann erstmal geguckt in Deutschland, wo ist der nächste Campingausstatter. Wir dachten schon, wir müssen jetzt bis ins Ruhrgebiet fahren oder so. Und haben dann aber festgestellt, dass es also deutsche Baumärkte gibt. Ich weiß nicht mehr, welcher Baumarkt das war. Ich glaube, es war Obi. Ja, ich glaube, es war Obi. Obi hat also Porta-Pottis im Sortiment, juhu. Und der nächste Obi-Baumarkt ist in Viersen, was eben gar nicht so weit weg ist von der holländischen Grenze von Romont. Und das sind so 30 Minuten ungefähr mit dem Auto. Also es ist ein großer Teil des Weges zurück nach Hause eigentlich gewesen. Ja, genau. Und dann habe ich gesagt, da war es ja dann schon abends, das hatte schon alles zu. Da habe ich gesagt, unsere Freunde kommen um elf. Irgendwie neun Uhr macht dieser Obi da auf. Da habe ich gesagt, ey, wir können da nicht einfach auf gut Glück hinfahren. Was ist denn, wenn es da auch wieder nichts gibt? Also Stefan hat nachgeguckt. Nein, es gibt dort Porta-Pottis und man kann die sich vorreservieren zum Abholen. Haben wir dann gemacht. Wir konnten das dann um 9.30 Uhr, war die erste Abholzeit. Abholen. Also ihr müsst euch das so vorstellen. Samstagmorgen, 8 Uhr, wir stehen auf, machen uns fertig, duschen und so weiter in der Marina. Dann ins Auto rein. Das ist alles irgendwie schon bei gefühlt fast 30 Grad auch wieder. Neun Uhr losgefahren. Neun Uhr 30 vor diesem Obi reingerannt. Wo kann man bestellte Sachen abholen? Da haben die erstmal nicht gefunden dann, unsere Bestellung. Ja, dann als Bestellung, dann war es glaube ich 9.50 Uhr oder sowas. Ich glaube, ich habe noch zugelassen, dass Stefan sich noch schnell beim Bäcker ein Frühstück holt. Aber nur beim Bäcker, der im Baumarkt mit drin war, wir dürfen ja keine Zeit vergeuden. Dann auf die Autobahn zurückgefahren. Dann war es irgendwie 10.20 Uhr oder so 10.30 Uhr, bis wir wieder dann bei uns waren. Dann dieses Porta-Potti. Was heißt aufgebaut, aber man muss ja noch ein bisschen was in Betrieben nehmen. Man muss es noch befüllt und so weiter. Und gleichzeitig noch ein bisschen das Boot natürlich schön machen für unsere Freunde. Und das Bad vom Boot war natürlich auch randvoll mit diesem Porta-Potti. Ja genau, also das Bad ist jetzt voll, weil da stehen jetzt quasi zwei Toiletten ja drin. Und wir konnten das Ganze auch nicht mehr irgendwie austesten selber, sondern es war wirklich quasi Punktlandung, dass dann unsere Freunde kamen. Und wir dann auch erstmal kurz diese Story erzählen durften, mussten. Und ja, das Ende der Geschichte ist, also erstmal das Porta-Potti ist immer noch da. Es funktioniert auch super. Es ist halt Chemie, das muss man überlegen, ob man das gut findet. Und man muss das Ding leider Gottes ja dann halt auch regelmäßig leeren, was auch nicht so schön ist. Aber das Lustigste an dem Ganzen ist, wir sind mit unseren Freunden in der Marina, zwei Kids dabei, zwei kleine Jungs. Es wird nochmal gefragt, muss nochmal irgendjemand auf Toilette? Verena, ja, ich gehe nochmal auf Toilette. Will sonst noch jemand? Nein. Kinder, müsst ihr auf Toilette? Nein. Wir fahren raus mit dem Boot. Wir sind noch nicht mal eine Viertelstunde unterwegs, noch nicht mal in der Nähe des Badesees, wo wir ja hinwollten. Und das erste Kind, ich muss auf Toilette. Okay, also dann hat das Kind das Porta-Potti eingeweiht. Und ja, wir wussten ja selber auch noch nicht genau, wie es funktioniert. Das heißt, ich war dann auch noch mit Mama und mit Kind da unten und habe quasi durch die halb geöffnete Tür noch mitprobiert, Kommandos zu geben, wie man das richtig machen muss. Es war sehr lustig am Ende. Ja, irgendwie hatten wir es schon ausprobiert. Also wir wussten, wie es geht. Irgendwie mussten wir es schon ausprobiert haben. Wir hatten zwar auf dem alten Boot auch schon mal eins, das haben wir aber nie benutzt. Nee, wir haben das uns, glaube ich, nur durchgelesen da in dem Morgen. Und du hattest, glaube ich, mal so eine Trockenübung gemacht, so mit einmal unten aufmachen, damit da irgendwie Luft reinkommt oder was man da machen muss. Ja, also es war auf jeden Fall sehr aufregend. Und ich habe an diesem Morgen sehr geschwitzt und ich glaube, einen sehr hohen Puls gehabt. Aber es ging am Ende alles gut raus. Und wie gesagt, es ist eigentlich, abgesehen davon, dass man es halt eben regelmäßig entleeren muss, eigentlich schon eine ganz gute und praktische Sache. Es ist auch echt vom Preis-Leistungs-Verhältnis super fair, wenn man sich da so andere Toilettenlösungen teilweise anschaut. Aber ja, wir haben jetzt weiterhin eben zwei Toiletten bei uns in unserem kleinen Bad. Also ihr wisst ja, Bäder auf Booten, die sind halt eher platzsparend gebaut. Wir haben leider Gottes immer noch diesen verstopften Schlauch und müssen uns da jetzt mal demnächst eine Lösung für überlegen. Ja, der kommt raus. Und ja, also wir sind wahrscheinlich die kleinste Yacht mit zwei Toiletten an Bord. Oh ja, sehr kleines Boot, aber wir haben zwei. Wir haben Gästetoilette und eine nicht funktionierende Toilette. Ja, also das war definitiv ein Highlight in 2023, die Toiletten-Story. Aber damit sollte man vielleicht nicht das Jahr 2023 schließen. Von daher, Stefan, du hast nochmal ein schönes und tolles Erlebnis. Ja, auch das wie Erlebnisse, die gut sind, immer mit Freunden haben wir uns getroffen. Und zwar, das war eigentlich ganz witzig. Wir haben Freunde, die wir schon ganz lange nicht mehr gesehen hatten, auf einem Konzert bei meinem Arbeitgeber gesehen und uns da unterhalten. Und er sagte dann, der Freund, ja, ich habe gesehen, du hast ja ein Boot in Röhmund. Und ja, habe ich gesagt. Und er, ja, ich habe auch, ich habe ein Segelboot in Röhmund. Das war natürlich schon mal ein guter Einstieg. Und dann meldete er sich ein paar Wochen später und schrieb halt, ob wir nicht mal uns in Röhmund dann treffen sollen mit den Booten. Das haben wir auch gemacht, sind dann morgens frühstücken gegangen, bei Bagels & Beans, sehr lecker übrigens. Und sind dann mit den Booten rausgefahren und haben uns dann auf dem See getroffen. Und haben dann, was ich vorher noch nie gemacht hatte, uns halt ins Päckchen gelegt. Also mein Anker raus. Das haben wir immer beobachtet bei anderen. Also es ist sehr beliebt in Röhmund und Umgebung. Und wir haben das immer bei anderen beobachtet, aber noch nie vorher selber gemacht. Genau, also haben wir den Anker raus und haben uns dann, haben dann die Boote zusammengepackt. Und wir haben natürlich all unser Spielzeug rausgeholt. Die hatten auch noch andere Freunde dabei. Und hatten auch Spielzeug noch dabei. Und Kinder waren dann dadurch zwei dabei. Wir hatten also zwei Subs, wir hatten ganz viel Spielzeug. Wir hatten mal ein ferngesteuertes Boot, was bei den Kids sehr, sehr gut ankam. Das kommt bei jedem Kind immer super gut an, dieses ferngesteuerte kleine Boot. Ja, ich frage mich, warum so wenig Leute so ein ferngesteuertes kleinste Boot haben. Und was sehr gut bei Kindern ankommt, ist der Kescher. Oh ja, der Kescher ist dann nur leider segeln gegangen. Also eigentlich gar nicht, sondern untergegangen, nachdem die Kinder da vielleicht ein bisschen weniger drauf aufgepasst haben. Ja, aber das war halt überhaupt nicht schlimm. Das ist alles gut. Sowas kann natürlich auch mir, wer sowas normalerweise passiert. Insofern war ich mir da gar keinen Kopf. Und ja, das war eigentlich ein total spaßiger Tag. Wir haben dann gegrillt auf dem Boot. Wir haben gegenseitig die Boote besichtigt. Ja, ich glaube, wir haben nicht die Toilette der anderen benutzt, aber umgekehrt. Wir haben uns über Staubsauger ausgetauscht, weil die Freunde von unseren Freunden, die dabei waren, so beeindruckt waren, dass alle Staubsauger auf ihren Booten haben. Was jemand, der ein Boot hat, ja selbstverständlich findet. Und ja, das... Und das Eisboot kam. Und das Eisboot kam, genau. Da haben wir ja auch schon mehrfach drüber berichtet und werden das wahrscheinlich in jeder Folge tun. Denn das Eisboot ist ja immer das Highlight. Und da haben wir ein paar schöne Fotos gemacht. Der Ilja, der Freund, der dabei war, hat noch das Boot, sein Boot noch sauber gemacht, während wir da lagen. Herr Stim, der hat sich auf Sub gesetzt und sein Boot sauber gemacht. Genau, auf Sub gesetzt und geputzt. Wie gesagt, wir haben gegrillt. Wir hatten alle ganz viel zu essen dabei. Das ist eigentlich eine der schönsten Arten, Zeit auf dem Boot zu verbringen. Also man kann es natürlich auch auf einem Boot verbringen, die Zeit mit der Anzahl Leute. Aber dann ist es enger. Und so weit hatte man immer was zu tun. Und wie gesagt, sehr viel Spielzeug, mit dem wir irgendwie was machen können. Wir haben ja auch Bälle und Basketballkorb und ein Volleyballnetz und die ganzen Subs und, und, und. Und ich glaube, das Sub vom Ilja kann man sogar ein Segel, ein Surfsegel dran machen. Ja, genau, das war eins zum Surfen, ja. Ja, sowas brauche ich auch noch. Obwohl, ich kann ja noch nicht mal Sub fahren. Also es ist vielleicht doch nicht das Richtige für mich. Ja, einfach ein Traumtag. Mein Wetter war unglaublich. Es hätte nicht besser sein können, muss man einfach sagen. Ja, das war eigentlich schon mein zweites Highlight. Ein großartiger Tag im Päckchen vor Anker, im Older Place. Ja, das war richtig schön. Ich glaube, ich habe nämlich beim letzten Mal gesagt, das Eisboot kommt immer nur im Older Place. Das ist aber Quatsch, das kommt immer nur im Older Place. Okay, ja, dann haben wir falsch gesagt. Ja, das müsste ich noch korrigieren hier, Korrektur. Und jetzt, Stefan, du hast ja gerade schon so leidenschaftlich über die ganzen Wasserspielzeuge erzählt, die wir da alle aufgebaut hatten. Und das trifft sich sehr gut, dass du das gemacht hast. Denn wir kommen zu unserer Triple-A-Kategorie. Und oh Wunder, das heutige Thema von Triple-A sind unsere persönlichen Top-3-Water-Toys. Wasserspielzeuge, die wir persönlich super finden. Die aufs Boot gehören und die wir einfach lieben. Und ja, wer fängt da an? Ich kann gerne anfangen. Dann fang an. Ich fange mit einem ganz analogen Wasserspielzeug an. Nämlich mit dem Basketballkorb, den wir haben, dem aufblasbaren. Ich finde es ein grandioses Wasserspielzeug. Es macht mir total viel Spaß, auf dem Wasser Ball zu spielen. Weil es auch irgendwie, es ist recht anspruchsvoll körperlich. Auf jeden Fall. Es ist super anstrengend und es macht total viel Bock. Also tatsächlich. Und ich glaube, es ist irgendwie so ein Ding, es hat irgendwie sechs Euro gekostet oder so. Und dafür das Preis-Leistungs-Verhältnis ist absolut exzellent. Man sollte vielleicht noch einen vernünftigen Ball haben, weil der Ball ist halt auch nur so ein aufblasbarer Ball, wie so eine Luftmatratze vom Material, der dabei ist. Aber wir haben ja auch noch den Water-Polo-Ball, den kann man ja auch verwenden. Wir haben ja irgendwie diesen Ball von Decathlon, der ist ja... Das ist der Water-Polo-Ball. Genau, und der ist ja ein bisschen schwerer und er macht es halt... Aber super. Das ist auf jeden Fall ein ganz einfaches Wasserspielzeug. Das stimmt. Und das macht total Bock. Ich finde es total geil. Und nimmt halt auch überhaupt keinen Platz weg, weil diesen Basketballkorb, den kann man halt einfach wieder da die Luft rauslassen und zusammenfalten. Insofern eignet sich das auch für jede Bootsgröße, weil auch wenn ihr ein ganz kleines Boot habt, sowas kann man einfach immer noch mitnehmen und macht den Kindern Spaß, macht den Erwachsenen Spaß und ist eben auch noch ein bisschen anstrengend und sportlich. Also dann hat man sich danach auch sein Steak vom Grill oder das Eis vom Eisboot wirklich verdient. Das finde ich auch. Ja, coole Sache. Ja, meine Nummer drei ist was, was wir selber nicht haben. Was aber der heiße Scheiß bei uns in Ruhrmond und Umgebung ist. Und zwar ist das so, es ist kein Ring, das ist eher wie so eine Mini-Insel zum Hinterherziehen. Also ihr kennt vielleicht von früher diese Bananabote, die es ja immer überall gab oder die es auch heute noch gibt. Und sowas ähnliches haben dort die Leute. Das ist aber wirklich wie so ein kleiner Sessel. Ich glaube Tube nennt sich das. Tube? Tube. Okay. Ja. Und das ist also sehr beliebt bei uns, vor allen Dingen für Kinder. Und man sieht es total oft, dass die Leute dann eben mit ihrem Boot fahren und hinten an der Schnur die Kids da mitziehen. Und da ist immer ganz großes Gejauchze und Gelache. Also das scheint den Kindern unheimlich gut zu gefallen. Und ich hätte ja sowas auch gerne. Oh, hast du jetzt zu Weihnachten nicht gekriegt. Habe ich zu Weihnachten nicht bekommen, verdammt. Ja. Nee, aber ja, ich finde das total cool. Und das fehlt unserem Boot tatsächlich noch. Ja, es fehlt. Also die Leute, die das Boot sehen, sagen, ihr habt an sich ja ein ganz nettes Boot. Aber das fehlt. Aber ihr habt keinen Tube. Was ist da los? Nee, aber wir können uns auf dem Boot ja mal Tubes angucken. Da sind ja einige Hersteller auch. Stimmt, perfekt. Ja, weil, wie gesagt, also ich finde, das fehlt uns noch. Weil ich glaube, das ist ein Riesenspaß, sich da hinten reinzulegen. Man muss sich da natürlich auch ein bisschen festhalten. Schön auf der Schnellfahrstrecke bei 50 kmh. Ja, genau. Da geht es richtig ab. Nein, aber wenn man eben das sieht bei anderen, gerade mit Kindern, glaube ich, ist das schon echt ein Highlight. Und ja, nachdem wir, wenn es um Wasserspielzeug geht, selber auch wieder zu Kindern werden, glaube ich, hätten wir da sehr viel Spaß. Ja, ich glaube, es haben wirklich wenige, haben so viel Wasserspielzeug wie wir und denken auch ständig drüber nach, was man noch für Wasserspielzeug bräuchte. Ich glaube, wir haben auch immer den größten Spaß daran, diese Sachen alle aufzubauen. Also gerade, wenn man irgendwie Gäste dabei hat, ist das das Coolste. Man ist dann vor Anker und dann haut man diese ganzen Sachen raus. Ja, das wird dann alles. Und das kommt noch raus. Du hast doch mal Captain Sandy. Du zitierst doch immer gerne Captain Sandy, oder nicht? Ja, genau. Also Captain Sandy, für die, die sie nicht kennen, falls sie sie noch nicht kennt. Also eine Ikone für mich, Captain Sandy. Captain Sandy ist Kapitän bei Below Deck. Das ist eine Serie, kann man, glaube ich, auch auf Netflix die eine oder andere Staffel gucken oder auf Amazon Prime. Und bei dieser Serie geht es eben um Crews von Superjachten. Die werden immer eine Saison lang begleitet und die ganzen Dramen und Liebesgeschichten, die es dann dort gibt und die Gäste. Und bei dem Format, was im Mittelmeer ist, es gibt also auch was, was in der Karibik oder so spielt, aber bei dem Format im Mittelmeer, da gibt es einen weiblichen Kapitän, was ich super finde, das ist Captain Sandy. Captain Sandy ist also eine der wenigen Frauen in dieser Branche, die auch wirklich so eine riesen Superjacht fährt. Da gibt es nämlich leider auch immer noch viel zu wenige, genauso wie es viel zu wenige Frauen an Deck gibt, die da arbeiten. Also ihr merkt, das ist auch eine Leidenschaft von mir, Frauen in Männerdomänen. Und deswegen finde ich Captain Sandy total super und die gibt auch immer sehr interessante Einblicke in dieses Leben als auch weiblicher Kapitän eben auf einem Boot. Und was Captain Sandy immer zu ihrem Team sagt, wenn sie mit dem Boot irgendwo vor Anker liegen, sie will the most fun looking boat von allen sein. Also sie will das Boot sein, wo einfach alle Leute, wenn die das Szenen das Gefühl haben, boah, da hat man am meisten Spaß und das hat man dadurch, dass auf diesem Boot eben alles aufgebaut wird an Wasserspielzeug, was es gibt, ne, Rutsche, Jetskis. Ja, Rutsche fehlt uns auch noch, Jetskis haben wir auch keine. Auch keine, aber Jetskis mögen wir persönlich nicht, da stehen wir mit auf Kriegsfuß. Aber nein, also sie sagt halt immer alles raus und das ist, glaube ich, auch so unser Credo. Und das ist einfach so lustig, wenn man dann irgendwie Gäste dabei hat und man haut dann das eine raus und dann noch was und noch was. Und die Kids sind meistens erst mal natürlich total überfordert. Wahrscheinlich denken sich die Eltern immer, oh mein Gott, man merkt, dass die zwei keine Kinder haben, weil die das vollkommen falsch machen. Diese Kinder total überfluten mit Sachen. Was die Eltern nicht wissen ist, wir überfluten nicht die Kinder mit Sachen, sondern wir machen das ja für uns. Für uns selber. Nein, also ich mache das auch immer gerne für eben Freunde oder vor allen Dingen, wenn eben Kinder dabei sind, weil Kinder sowas halt cool finden. Ich hätte das, glaube ich, als Kind auch mega gefunden. Also tausend Spielsachen und man kann alles einfach ausprobieren. Aber die meisten Erwachsenen finden es eigentlich auch immer ziemlich cool. Von daher, ja, es ist eben also Water Toys auch genau das richtige Thema für unser Triple A. Und deswegen, Stefan, was ist deine Nummer zwei? Joa, wir sind erst bei Nummer zwei. Ja. Ja, meine Nummer zwei ist unser Kajak. Unser schönes, aufblasbares Kajak von Itiwit slash Decathlon. Leider keine bezahlte Werbung. Aber Decathlon, falls ihr mit uns Werbung machen wollt, also wir testen gerne eure Sachen. Oh ja, Water Toys. Ja, Water Toys. Lass uns einen Water Toys-Sponsor suchen. Ja. Das ist jetzt nicht so, dass wir so viele Zuhörer hätten, dass das, aber wir sind ja Micro-Influencer. Also, falls jemand von euch bei Decathlon arbeitet, also Decathlon könnten wir uns sehr gut als Partner vorstellen. Wir würden gerne dieses, nicht dieses aufblasbare Kajak, da gibt es doch jetzt so ein festes. So ein festes, das würden wir gerne mal testen. Das ist auch aufblasbar, aber Hochdruck, so wie so ein Sub. Ja, nee, also unser Aufblasbares Kajak, Itiwit von Decathlon, hatten wir schon, bevor wir ein Boot hatten. Ja, doch, hatten wir schon, bevor wir ein Boot hatten. Du hast doch schon ganz lange. Genau, stimmt, ich habe schon Radtouren damit gemacht zu irgendwelchen Seen mit dem Ding hinten auf dem Rücken. Hart, ziemlich hart, aber sehr schwer und groß. Alles machbar und einfach ein total nettes Ding. Und wenn man ein schönes Revier hat, und das sind ja dann auch Reviere, wo man mit dem Boot gar nicht hinkommt, weil man hat so Binnenseen und sowas, wo man erstens sein eigenes Boot gar nicht hinkriegt und zweitens auch oft gar nicht mit dem Motorboot unterwegs sein darf, kann man es nutzen. Außer auf dem Unterbachersee in Düsseldorf, da muss man trotzdem bezahlen, wenn man sein eigenes Kajak mitbringt. Also Quatsch, denn es gibt ganz viele andere Optionen, auch in und um Düsseldorf rum. Ganz großartig für uns war es in Duisburg, so sechs, fünf, vier, drei Seenplatte, keine Ahnung, wie viele Seen. Fünf? Ich hätte jetzt auch fünf gesagt, ist ein guter Schnell. Aber man kommt nicht in alle, also nicht alle miteinander irgendwie verbunden, alle Seen, das weiß ich noch. Aber wir haben es tatsächlich über so eine kleine Art Landbrücke drüber getragen, einmal, um auf den nächsten See zu kommen, ja. Genau, das ist total großes Spaß und völlig unabhängig vom Boot auch eben benutzbar. Und das finde ich halt auch super, weil man hat halt einfach Wasser, man kann auf dem Wasser sein, man braucht nicht irgendwie das große Motorboot und macht eigentlich genauso viel Spaß. Man kann ja auch Watertoys mitnehmen auf dem Kajak. Da hat man praktisch ein Watertoys mit Watertoys. Wow. Mehr geht, glaube ich, nicht. Nee, mehr geht nicht, außer natürlich deine Nummer zwei. Meine Nummer zwei, genau. Meine Nummer zwei ist schon wieder was, was wir selber leider Gottes nicht auf dem Boot haben. Ein Seabob. Also ich bin unfassbar neidisch auf Stefan, weil Stefan hat schon ein Seabob live ausprobieren dürfen. Ich leider noch nicht und ich sehe das immer unter anderem bei Below Deck und eben auch, ja, wenn man mal auf eine super Yacht auf so einer Messe oder so geht, da stehen ja meistens die Seabobs hinten direkt als Dekoartikel drauf, oftmals im gleichen Design auch noch wie die Yacht selber. Und also Seabobs stelle ich mir einfach mega cool vor. Falls ihr die nicht kennt, das ist ja wie so ein kleines... Das wäre doch mal ein Sponsor. Oh, Seabob, ja, sponsert uns. Genau, wir haben doch noch die Karte von dem, von dem einen Mann von Seabob und wir dürften... Der auf der Messe war. Ja, der auf der Messe war. Der hat uns ja auch eingeladen, dass wir das doch mal ausprobieren, da einen Barzalsufflen oder wo die sind. Das stimmt, das müssten wir mal machen. Vielleicht können wir da auch pitchen, dass sie uns unterstützen sollen. Ja, also wie sollen wir das sinnvoll vorstellen, wenn wir keinen eigenen haben? Aber vielleicht können wir das dort austesten als Podcast-Folge. Live, also so richtig... Ja, ist auch nicht schlecht. Vielleicht machen wir das, mal gucken. Ja, oder wir finden einfach 12.000 Euro unter der Matratze, dann können wir uns auch ein Seabob kaufen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Also ein Seabob, falls ihr das nicht kennt, das ist so ein kleines Gerät und da kann man links und rechts sich mit den Händen dran festhalten. Da liegt man quasi, naja, man liegt nicht drauf, so halb, ja. Also es ist wie, kennt ihr diese Schwimmbretter, die man als Kind bekommen hatte, um schwimmen zu lernen, damit man mit dem Oberkörper nicht untergeht, wenn man nur einen Beinschlag übt? So ist das letztendlich, aber mit einem Motor und ein bisschen größer. Und schnell. Und schnell. Und man kann mit dem dann untertauchen, aber man muss halt quasi nicht selber schwimmen, sondern das Ding hat einen Motor und man kann damit richtig schnell, das sind wir wieder beim Thema Geschwindigkeit, richtig schnell durchs Wasser durchsausen, tief nach unten tauchen. Man kann so Delfinsprünge aus dem Wasser raus machen. Genau, man kann Sprünge damit machen und ja, also ich finde das einfach total cool und glaube einfach, dass es total Spaß macht, eben so ein Geschwindigkeitschunky wie mir, da wäre es genau das Richtige. Und ja, von daher, das würde ich so gerne mal ausprobieren. Stefan durfte das schon. Manchmal, es gibt ja so Dinger für 350 bis paar tausend Euro, also es gibt es ja in jeder Preisklasse, aber es ist schon ein Unterschied, ob man einen Seabob hat, der wirklich richtig Geschwindigkeit macht und auch einen großen Akku hat und so. Oder ob man so ein kleines Teil hat, was einen so ein bisschen nach vorne zieht. Das macht schon echt einen Unterschied. Ja, ich hatte das Glück, wie Verena ja schon sagte, dass ich das schon mehrfach machen konnte. Und dann auch noch bei Formentera, also da ist ja auch richtig geiles Wasser, wo man richtig was sieht. Und das ist schon ein Riesenspaß. Also es ist schon wirklich cool. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn man unter Wasser mit, weiß ich nicht, wie schnell unterwegs ist, aber grundsätzlich total geil. Wir haben es auch schon mal in der Mosel gesehen bei jemandem, aber da ist es tatsächlich vom Wasser her. Genau, ich wollte auch gerade sagen, wir haben auf der Mosel, haben wir Leute gesehen mit einem Boot, mit einem Seabob und einem kleinen Kind. Und dieses kleine Kind hat einen Seabob und ich nicht, da war ich ganz schön neidisch. Weißt du, so ein Achtjähriger oder so hat einen Seabob, ich nicht. Und ja, also da ist natürlich das Wasser, auf der Mosel ist das Wasser definitiv etwas klarer als auf der Mars. Also zumindest, wenn man nicht ganz am Anfang der Saison auf der Mars ist, da war es ja auf den Marsseen auch noch relativ klar. Ja, später im Verlauf der Saison dann nicht mehr, aber richtig Spaß macht sowas natürlich im Meer. Von daher wäre es jetzt auch der Seabob nicht unbedingt das, was ich für unser Boot in Roermond mir als Add-on vorstellen könnte. Aber wenn man eben auf dem Meer ist oder wenn man mal wo ein Boot mietet, aber wir haben schon geguckt, wenn man ein Boot mietet, ein Seabob irgendwie dazu zu mieten. Das geht nur bei sehr, sehr großen Booten und nur ein Seabob mieten ist auch schwierig. Also wenn man in die Tagesmiete für das Boot so viel Geld stecken will, wie ein Seabob kostet, dann kriegt man auch ein Seabob dazu. Dann kann man ihn auch direkt kaufen. Aber eben man kann, ich meine, das war bald, jetzt sage ich schon wieder, habe ich schon wieder versprochen. Tut mir leid für die Leute, die in Bad Salzuflen leben, dass ich das jetzt schon zweimal falsch gesagt habe. Aber ich meinte, dass dort eben Seabob seine, zumindest deutsche Dependence hat oder sein Hauptsitz. Ich kann nicht nur eine deutsche Firma sein, ich weiß nicht genau. Und als wir in Cannes auf der Bootsmesse waren, da hatten die eben auch einen eigenen Stand und da haben wir uns auch mit einem der Verkäufer eben unterhalten. Und man kann dort so einen Probetag quasi machen. Also man kann dort hinkommen, die haben dort so ein Wassersportzentrum, also wahrscheinlich irgendwie einen gigantischen, tiefen Pool. Und da kann man das theoretisch austesten. Also vielleicht machen wir das eben dann doch mal und berichten euch dann davon oder berichten live. Und ja, aber der Seabob, das finde ich, ist ein Highlight, was zumindest auf jede Superjacht gehört. Und was mit Sicherheit eben sehr, sehr viel Spaß macht. Zumindest, wenn ich Leute sehe oder wenn ich Stefan höre, wenn er davon erzählt, scheint das ein echt cooles Watertoy zu sein. Habe man sich da jetzt mal reingelesen. Erfunden in der DDR. Der Seabob. Erfunden in der DDR als Aquascooter. Und jetzt Stuttgarter Unternehmen Kayago. Okay. Haben sie 2005 auf der Boot vorgestellt zum ersten Mal. Tja. Also da gucken wir auf jeden Fall auch wieder dieses Jahr. Dann sind wir auf der Boot bestimmt auch wieder bei Seabob. Genau. Oder Kayago. So, jetzt kommt die Nummer eins. Die Nummer eins. Meine Nummer eins. Deine Nummer eins. Oh, meine Nummer eins. Ich habe schon wieder vergessen, was meine Nummer eins ist. Ach ja, jetzt weiß ich es. Mein ferngesteuertes Boot hatten wir gerade schon. Also es wäre bestimmt der Seabob gewesen, wenn ich mir nicht gedacht hätte, dass du den bringst. Deshalb ist meine Nummer eins das ferngesteuerte Boot. Es ist ein großer Spaß. Ich habe tatsächlich jetzt im Winter noch ein paar Akkus nachgekauft. Das heißt, man kann jetzt demnächst über eine Stunde, glaube ich, mit dem Ding durch die Gegend düsen. Am Stück, weil man die Akkus zusammenschalten kann. Sehr gut, weil die Akkus sind manchmal dann leer gewesen oder leer gegangen, wenn wir dann eben Kinder mit an Bord hatten. Und denen dann zu vermitteln, dass man es jetzt nicht mehr nutzen kann, schwierig. Das Hauptproblem bei Kindern ist aber auch einfach, dass sie zu weit wegfahren vom Boden. Dann reicht die Reichweite nicht mehr. Das finden Kinder immer lustig. Und dann sage ich, ich hätte jetzt gern die Fernbedienung, um das Boot zu holen, weil ich ja größer bin und damit auch die Reichweite etwas erhöhen kann. Aber dann finden die Kinder das auch nicht mehr gut. Es ist einfach ein Riesenspaß. Also es ist für mich ein Spaß. Es ist für die Kinder ein Spaß. Es macht total Bock. Und ja, es ist einfach. Ich weiß auch nicht, warum das so ein geiles Wasser spielt. Aber es hängt auch, glaube ich, ein bisschen damit zusammen, dass ich mir schon als Kind, da bin ich mit meinen Eltern immer nach Juist gefahren. Und auf Juist gibt es auf dem Dorfplatz, glaube ich, so einen Brunnen. Und in diesem Brunnen fahren alle Kinder mit ihren kleinen Bötchen rum. Und wenn da jemand so ein ferngesteuertes Boot hatte, war der natürlich immer der coolste. Wir hatten alle diese Saugnapfmotoren, die unten an die Boote drankamen oder diese Segelboote, diese Schwalbe-Segelboote. Das habe ich auch immer noch im Schrank, so ein Ding. Da konnte man dann unten auch diesen Saugnapfmotor dran machen. Und irgendwann kam dann jemand mit einem ferngesteuerten Boot. Und das war natürlich immer das Highlight. Und ich wollte eigentlich immer eins haben. Habe nie eins besessen als Kind. Aber jetzt hast du es ja. Aber kein Brot. Jetzt habe ich es. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es meine Nummer eins ist. Verständlich. Ich bin total gespannt, was deine Nummer eins ist, weil ich weiß wirklich gar nicht mehr, was über ist. Also eigentlich müsstest du blind, wenn ich dich im Schlaf wecke, sofort wissen, was meine Nummer eins ist. Okay, du weißt es jetzt. Meine Nummer eins, das Stand-Up-Pedal-Board. Also ich liebe die Stand-Up-Pedal-Boards. Ich liebe es zu suppen. Und das gehört eben für mich auch noch zusätzlich aufs Boot. Das kann man natürlich auch komplett ohne Boot machen. Auch das mache ich hier gerne in Koblenz an der Mosel. Bin sogar im Verein hier beigetreten. Und in der Sektion Ocean Sports, um dort regelmäßig paddeln zu gehen mit dem Supp. Weil es gibt, wenn ihr das noch nicht wissen solltet und es euch interessiert, es gibt so viele unterschiedliche Modelle. Die meisten kennen halt, glaube ich, so dieses klassische Allrounder-Sub. Aber es gibt Racing-Subs. Es gibt welche für längere Touren, wenn man wirklich mehrere Tage damit unterwegs sein will. Es gibt welche für Wettkämpfe. Es gibt welche für eher so Wildwasser auf dem Meer. Also es gibt da ganz viele unterschiedliche Modelle. Und so ein Allround-Sub meiner Meinung nach ist das, was auf jedes Boot gehört. Und wenn man sich in Roermond bei uns in der Marina und in den anderen Marinas umguckt, bin offensichtlich nicht nur ich der Meinung. Denn egal wie groß oder klein das Boot, egal wie jung oder alt die Besitzer, egal wie sportlich oder nicht sportlich, jeder hat ein Sub. Und ja, wie gesagt, das finde ich macht einfach total Spaß, auf dem Sub unterwegs zu sein. Es entspannt. Es ist, aber man kann es durchaus auch sehr sportlich natürlich machen. Das mache ich dann gerne, dass ich da ein bisschen Touren mache, wo ich also auch wirklich richtig arbeite mit der Muskulatur im Oberkörper. Aber man kann auch einfach ganz langsam und gemütlich hin und her paddeln. Man kann sich da drauflegen und sich sonnen. Und man kann es zumindest versuchen oder auch einfach immer runterfallen. Also ich mache ja lieber das mit dem Runterfallen. Ich finde, das ist eigentlich so, dass es am meisten Spaß macht. Ja, Stefan interpretiert das eher humoristisch und macht halt immer ein bisschen Show. Nein, ich kann es nur einfach nicht. Das ist aber nett, dass du denkst, dass es Show wäre. Aber wie gesagt, das macht total Spaß, damit rumzufahren. Auch, was ich ganz cool finde, ist, wenn man es einfach mit alleine, mit am Boot, an sein Boot dran macht und vor Anker liegt. Es macht Spaß, auf dem Boot zu liegen und sich zu sonnen und so. Keine Frage. Aber gerade, wenn man halt nicht das allergrößte Riesenboot hat, kann man sich manchmal einfach gar nicht so, weiß ich nicht, zwei Meter ausgesteckt hinlegen. Und auf dem Sub kann man das dann. Und man ist irgendwie, man ist noch nah dran, aber man ist irgendwie trotzdem in seiner eigenen Welt. Dann am besten noch ein Gläschen Wein oder eine Kaffeetasse mit einem schönen Kaffee dazu. Und das ist richtig cool. Morgens, wenn man vor Anker irgendwo liegt, aufstehen, erstmal eine Runde auf Sub, dann dort gemütlich auf dem Sub den Kaffee trinken. Perfekt. Und noch ein Pro-Tipp, wofür ein Sub auch richtig, richtig geil geeignet ist. Ihr kommt mit dem Sub überall hin. Denn, also, falls es euch schon immer mal interessiert hat, die Nachbarn, die neben euch im See ankern, die ein viel, viel größeres Boot haben, wie das eigentlich so genau ausschaut. Ja, mit dem Sub kann man überall hinfahren. Man hat auch eine gute Perspektive. Man hat eine sehr gute Perspektive. Im Kajak sitzt man halt unten drin und beim Sub kann man von oben gucken. Und man sieht da also rein, ich stelle mir das so vor, wenn man so, weiß ich nicht, in Saint-Tropez oder so in so einer Bucht liegt, wo diese ganzen fetten Jachten sind, mit dem Sub kann man einfach mal ein bisschen rumfahren. Ja, da kann man wirklich den Leuten auch mal aufs Boot schauen. Und das ist total eben unverfänglich mit dem Sub, weil klar fährt man da irgendwie rum. Da sagt dann auch keiner was. Man kann für die Leute, die einen Hund haben, den Hund mit aufs Sub nehmen. Das ist auch mal, glaube ich, für die Hunde ein großer Spaß. Die sind da immer super gerne mit drauf. Man kann da auch zu zweit drauf. Einer sich setzen, einer stehen und paddeln. Beide im Sitzen paddeln. Kids mitnehmen. Das geht halt alles super auf dem Sub. Also es gibt Leute, die machen da auch mehr Tagestouren, übernachten auf den Dingern. Das ist dann schon richtig heftig. Aber meiner Meinung nach gehört eben so ein Allround-Sub einfach mit dazu. Weil für viele Leute, wenn man gerade mal so Gäste auf dem Boot hat, ist es halt auch eine coole Gelegenheit, das einfach mal auszuprobieren. Die machen das halt nicht, dass sie extra zu einem See fahren, sich eins mieten und es ausprobieren. Da kann man das einfach mal ganz unverfänglich testen, ob das was für einen ist. Und meiner Meinung nach kann man nur sich verlieben in Suppen. Es ist eine der coolsten Sachen überhaupt. Und gehört für mich zum Boot dazu. Ich habe schlechte Laune, wenn das Sub nicht gut aufgeblasen ist oder so und ich es nicht benutzen kann. Weil das gehört einfach für mich dazu. Ja, auch das werden wir uns dieses Jahr auf der Booten nochmal angucken. Genau. Was es da gibt. Ja, aber das ist wie gesagt meine Nummer eins. Das darf auf keinem Boot fehlen. Es macht Spaß und ja. Wir steuern schon wieder auf die längste Folge in der Geschichte von Anker-Erge-Abenteuer zu. Deshalb. Wir haben noch nicht mal unsere Vorsätze fürs neue Jahr mitgeteilt. Und unsere Pläne. Oh nein. Ja, das ist jetzt die Frage, ob wir das jetzt machen wollen oder ob wir einfach eine Zwischenfolge einfügen. Und nächste Woche dann die Vorsätze und Pläne für 2024. 2024, 14 steht in meinen Notizen, aber ich meinte 2024. Gott, für 2014. 2014 habe ich bei meinem Arbeitgeber angefangen zu arbeiten. Zehn Jahre, ja. Ja, ich finde, das ist eine super Idee, weil wir hatten vorhin nämlich noch, Stefan, nicht die Diskussion, dass Podcast-Folgen nicht zu lang werden sollen. Das ist mich immer abschreckt, wenn ich bei Podcasts, die wir sehr gerne hören, aber sehe, dass die irgendwie drei Stunden 20 gehen. Ich mir dann denke, oh, das ist mir zu anstrengend. Von daher, ja, finde ich das eine super Idee. Wir machen einfach das nächste Mal unsere Vorsätze und Pläne für 2024. Ja, und schreibt uns doch mal, was ihr davon haltet, wenn Podcasts so lang sind. Vielleicht vertun wir uns ja auch und alle finden es super, wenn wir drei Stunden lang Podcast machen würden. Und ich glaube, dann müssten wir ein bisschen unser Timing anpassen und könnten es nicht immer erst sonntags aufnehmen, aber... Das stimmt. Nee, aber dann machen wir das einfach das nächste Mal. Aber was wir euch natürlich nicht vorenthalten dürfen, ist unser Learning of the Week und welchen Song wir auf unsere Playliste machen wollen. Von daher, das muss jetzt sein. Womit wollen wir anfangen? Dann fangen wir mit dem Learning of the Week an. Das ist doch immer zuerst. Okay. Du oder ich? Du bitte. Ich muss mir kurz überlegen, was ich gelernt habe. Ja, mein Learning of the Week hat mit dem Boot zu tun, aber eigentlich mit dem Boots Podcast. Nämlich eben, wir schreiben uns immer ja ein bisschen auf, was wir euch erzählen wollen in der Folge. Und ich habe jedes Mal das Gefühl, boah, das geht eine halbe Stunde und dann ist vorbei. Und jetzt sind wir bei einer Stunde und vielleicht sollten wir uns einfach, oder das sollte ich für mich lernen, dass, wenn man darüber erzählt und ein bisschen ins Plaudern kommt, das eben doch eigentlich länger geht und man gar nicht so Panik haben muss, dass man viel zu wenig Content hat, um überhaupt die Folge zu füllen, sondern, ja, einfach bloß plaudern. Dann müssen wir unsere Regulars irgendwie verkürzen, dass nicht mehr Triple A heißt, sondern Single A. Single A. Oder es wird halt wirklich länger. Also wirklich, das wäre auf jeden Fall spannend von euch zu hören, was wäre euch lieber? So lange folgen oder vielleicht sogar noch kürzere Folgen? Vielleicht sind ja halbstündige Folgen besser. Wer weiß. Ich weiß nicht. Aber dann müssen wir uns natürlich echt überlegen, wie wir unseren Ablauf machen. Ja, mein Learning of the Week ist eher technischer Natur. Ich habe nämlich ein bisschen viel Technik wieder eingekauft. Ich bereite mich ja schon auf die Boot vor und wir wollen ja auf der Boot auch ein bisschen Video machen. Und deshalb habe ich mich mit Mikrofonen auseinandergesetzt. Und mein Learning of the Week ist, das ist ein Rabbit Hole, in das man nicht fallen will. Denn das Ding ist, man kann total solide Mikrofone kaufen für relativ überschaubare Summen. Man kann aber auch extrem gute Mikrofone für sehr, sehr viel Geld kaufen. Und das gilt für das meiste Equipment beim Podcasten und vor allen Dingen beim Videos machen. Und mein Hauptlearning ist, dass ich mich da ein bisschen zurückhalten muss und die Sachen kaufen muss, die meine Anforderungen erfüllen und nicht die Sachen kaufen muss, die die besten sind, die es auf dem Markt gibt. Und alle Anforderungen erfüllen, zum Beispiel von irgendwelchen großen Radiosendern mit einer Million Zuhörern. Ich habe mich ein bisschen zurückgehalten. Also es wird auf jeden Fall nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe. Aber ihr könnt euch schon mal auf die Boot freuen. Die Materialschlacht ist on. Und ich bin froh, dass Stefan da so ein Interesse dafür hat, weil ich kenne mich da nicht aus und mich interessiert es auch nicht. Ich würde im Zweifel einfach, weiß ich nicht, das, was die meisten guten Bewertungen hat, kaufen, ohne es zu hinterfragen. Von daher gut, dass du den Job übernimmst, da abzuwägen und zu gucken und jetzt quasi auch den Grundstein legst für unsere YouTube-Film-Karriere. Ja. So, was soll auf unsere Playlist? Ja. Soll ich? Ja, mach du. Ja. Also, ich weiß nicht, ob es das bei Spotify gibt, was ich auf unserer Playlist haben will. Aber es gibt es bei YouTube. Und zwar ist das ein Video von einer britischen Schulschiff-Crew. Ich glaube, sie sind britisch. Kann auch sein, dass es etwas skandinavisches ist. Die in einen Hafen einlaufen und man hört auf dem Land, von wo aus es gefilmt wird, wie sie Shantys singen beim Einlaufen in den Hafen. Und das finde ich außerordentlich beeindruckend. Ich suche das raus und vielleicht gibt es es auf Spotify. Ich befürchte nicht, aber ich werde auf jeden Fall den YouTube-Link dazu dann posten, wenn ich es gefunden habe. Und wenn wir unsere YouTube-Karriere starten, können wir ein Reaction-Video dazu machen. Ich möchte auf gar keinen Fall irgendwelche Reaction-Videos machen. Wenn, dann möchte ich was mit Mehrwert bieten. Und ich finde nicht das. Aber wir haben uns da schon die Tage drüber unterhalten. Aber wenn die doch mit dem Boot übers Meer kommen, bieten wir doch damit Mehrwert. Okay, der war schlau. Gott, der war sehr schlau. Und das soll der Abschluss von dieser Folge sein? Nein, dein Song ist der Abschluss von der Folge. Nein, eben. Mein Song fehlt ja noch. Ich habe einen Song, der mal wieder irgendwie sehr wenig mit Booten zu tun hat. Der aber für mich cool ist, wenn ich den höre auf dem Boot. Und wir haben ihn heute gehört. Und er ist leider Gottes jetzt gerade als Urwurm in mir drin. Und ich kriege ihn nicht mehr raus. Phil Collins' Jesus, He Knows Me. Das ist wirklich überhaupt kein Bootslied. Nein, das ist überhaupt kein Bootslied. Aber das macht total Spaß, dieses Lied auf dem Boot zu hören. Weil das, finde ich, macht irgendwie, weil das ist ja relativ flott. Das macht irgendwie so, so... Ich sehe, dass das ein super Lied ist. Aber mit dem Boot hat es nichts zu tun. Ja, aber es ist... Das ist mein Go-To-Dusch-Lied. Da hat es ja schon mal was mit Wasser zu tun. Ja, also es ist... Ich finde, es ist ein Lied, was einfach, wenn man auf dem Boot sitzt und, ja, eben vielleicht gerade ein Glas Wein oder so trinkt und das kommt. Da können alle immer mitsingen. Das macht immer irgendwie gute Laune. Man hat dann Energie. Und deswegen passt es einfach für mich auf so eine Playlist. Ich glaube, es ist auf meiner persönlichen Boots-Playlist ist es auch drauf. Und, ja, wie gesagt, das hat jetzt nicht direkt was mit Booten zu tun, aber es passt einfach zur Stimmung, die man auf dem Boot hat. Ich finde es cool. Ich auch. Das ist eine sehr coole, interessante Begründung auf jeden Fall. Ein, auch thematisch, wie gesagt, also, aber als Dusch-Lied, ja, es hat was mit Wasser zu tun. Genau. Ja, es ist wahrscheinlich sogar mein Lieblingslied of all time. Du singst es auch regelmäßig. Genau, ich hätte es aber nicht mit dem Boot in Verbindung gebracht, tatsächlich. Ich auch nicht, aber egal. Egal. Und, ja, da wir uns ja entschieden haben, dass wir noch einen zweiten Teil von dieser Folge machen, sozusagen. War es das für heute, Crew? Unsere Zeitreise ins nächste Jahr? Naja, wir liegen nicht, liegt nicht hinter uns diesmal. Ich muss mir, ich muss das Ding jetzt mal ein bisschen ändern. Das war es für heute, Crew. Unsere Zeitreise ins nächste Jahr ist zur Hälfte um. Danke, dass ihr an Bord wart. Egal ob Freizeitkapitän, Wasserratte oder Yachto oder Yachti. Abonniert den Podcast, hinterlasst eine Bewertung und setzt euren Kurs auf die nächste Episode. Dann wieder 2024. Ahoi! 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 Untertitelung des ZDF, 2020